So, dann berichten wir mal. Und wieder abgeschlossen. Neues Reittür. Kamil! Oh! Oh! Idiotin! Oran Bulimi, die mich anestein in Aix-Alessis. Oh! Oh! So, dann bin ich auf Lübben. Idiotin! Und jetzt, dann bin ich noch ein bisschen. Und dann bin ich jetzt aus. Oh! 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 ich kann ja noch die otti sehen machen du noch mal fast nix mehr Oh Lachs, ihr habt euch gegründet. Lachs, ihr habt euch gegründet. Lachs, ihr habt euch gegründet. Hier waren wir auch schon. Die Wachen sind überall. Bei Serapis. Priester? Was macht ihr denn auf der Straße? Die Wachen fanden heraus, dass ich die Nahrung dem Volk zurückgab. Sie haben ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Priester des Lichts zu sein, ist ein düsterer Beruf in dieser dreckigen Stadt. Ich kann euch aus Alexandria bringen, wenn ihr wollt. Aber ich kann nicht ewig auf euch aufpassen. Ich verlange zu viel von dir, Medjay. Es gibt einen kleinen Tempel nördlich von hier, der mich aufnimmt. Die Philakitai überwachen die Straßen, Medjay. Wir müssen zum Kanal. Dort sollten wir ein Boot nehmen. Ich spicke jeden mit Pfeilen, der sich uns in den Weg stellt. Seid wie Amun, Priester. Vielleicht können wir euch unbemerkt hinausbringen. Nur vielleicht. Bildet eine Mauer! Versteckt euch! Ich kümmere mich um diese Wachen! Ja! Das nennt ihr Kämpfen? Greift mich an! Stoppt ihn! Beschützt den Kyrios! Scheiße! Der Hotas ist tot! Nein, die ist absteigend. Ihr könnt wieder rauskommen. Ich... Ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Die Verschlingerinnen und Apophis müssen erfreut sein. Und der Geruch... Der Gestank... Man gewöhnt sich dran. Tatsächlich? Nein. Bayek. Priester werden selten dazu berufen, dem Volk zu dienen. Und nun büße ich dafür. Ihr sollt den Göttern dienen, Priester. Nicht dem Volk. Aber ist das genug? Die Götter haben Wünsche. Bedürfnisse. Aber dir das sterbliche Volk doch auch, nicht wahr? Ich fürchte, diese Frage können andere besser beantworten. Sehr, Rapis, sei Dank. Nun... Was haben wir gerade getan? Weiß ich nicht. Ich... Amelie. Das war's. Sie erlauben mich, Jäude. Ja. Hier. Hier trennen sich unsere Wege, Medjay. Ich bin nun kein Priester mehr. Lysander war mein Name. Es wäre schön, wieder Lysander zu werden. Dann gehe in Frieden, Lysander. Du auch, Medjay. Bayek, vielen Dank. Yeah, die Odyssee, so. Erst sieh mal einer an, dann machen wir erst mal das hier. Dann ein Fragezeichen. Teorferäte. Gehen wir aus dem Weg, bei Ries eiern, weg da. Ja. Gehen wir aus dem Weg, bei Ries eiern, weg da. Halt! Bleib stehen! Diese Zone ist tabu. Alter. So. Dann haben wir den Schatz auf. Gehen wir aus dem Weg, bei Ries 아니야. Huh? Oh, come on. Okay, dann ist es anscheinend nichts. Da haben wir noch eine Schrift voller. Dann gucken wir mal, dass man sich mal der Hauptquest ein bisschen widmen noch. Da oben betäubende Stille. Old Bandit. Oh! 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 Oha! Der Gebiet. Der Gebiet. Der Gebiet. Geil. Der Gebiet. Okay. Oh, ist ein Schatz. 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 Oh, we have to move. Hey! Hey! Stär, du kommst! Was? Oh, no. Okay, töte den Hauptmann. Haben wir den überhaupt schon entdeckt? Wo ist denn der andere? Oh! 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 Geh es auch mal. so und dann müssten wir langsam mal da hoch zu die schützer ok Okay. Gehen wir nach rechts. Oder auch nicht. Gehen wir nach rechts. Gehen wir nach rechts. Notiz eines Architekten. Gehen wir nach rechts. Ja, wir können mal wieder Vorbilder hochfüllen. Das ist immer gut. Der zweite Schatz wie bei uns jetzt noch? Ich glaube schon, ne? Jetzt ist die Frage, wo kommen wir da hoch? Hm. Okay, wir sind überall erstaunen. Gehen wir nochmal da rein. Nee, ist kein Loch. Da gibt's ne Trabbe, die da rausgeht. Gut. Ah. Aha. Ja, da oben ist auch der Schatz. Das ist jetzt hier unten auch. Dann sagen wir, kreist er schon fröhlich. Alter, ist das hoch. Ja. Ja. Ja, ja. Ort abgeschlossen. Geil. Da ist der Dienstponsorpunkt. Zur Synchronisation. Alles klar. Alter, geil. Schnellreise aktualisiert. Schnellreise aktualisiert. Schnellreise aktualisiert. Schnellreise frei gehalten. Schön. Achja. Sieht schon fett aus. Ja, wir sehen, wann wir Odyssey noch spielen. Schön. Schauen wir gleich mal nach der nächsten Quest. So, da, 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 da. Alles halt weg. Könnt ihr mal ne Hauptquest machen. Wir haben ja jetzt hier soweit alles durch. Balllevel haben wir auch gemacht. Lügen des Skarapiers. Ich habe noch einen Plan zu schmieden. Das können wir ja ausfällig machen können. Bei dem hier Skarapiers sind wir ja hängen geblieben. Das müsste ja jetzt gehen. Kann man hier springen? Achso, nur bis dahin. Schade. Ich dachte bis ganz runter. So, da ist nochmal ne Höhe offen. Jaaaalter. Sollen die Wachen nicht wach halten und nicht schlafen? Wie können die alle? So. Na gut. Wenn das der Däne nicht so verhängen wird, ne? weil noch liegen sehr ruhig da und dann tun wir das ja auch gleich mal machen stehen tue reisen fliegt heute noch dann haben wir das auch macht ihr denn da mit meinem pferd ach ihr seid alle müde warum schlafen hier leichte beute was ist mit mir passiert gute nacht geh wieder schlafen ok wir müssen nach da da können wir auch schnell heise machen finde ich gut dann reisen wir schnell mal rein die 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 Untertitelung des ZDF, 2020